willkommen zurück in der in smith academy schön dass ihr auch wieder mal eure schulzeit nachholen möchtet hier mit mir auf dem kanal der freelance gamers also wir wenden uns nun an diesen wundervollen netten herrn hier hey den montag hallo was haben sie uns zu erzählen kommen sie wegen der bücherrückgabe unglücklicherweise wurden die abschlussfeierlichkeiten des semesters durch das massaker empfindlich gestört metzelei ist ein übel ein abscheuliches übel ich war 15 jahre lang direktor von in smith und während der ganzen zeit lief alles gut natürlich gab es auch mal unfälle verstümmelungen aber immer alles im rahmen ich sagte den eltern bevor ich aus dem entschädigungskomitee ausscheiden musste um guhle zu wie wie sie zielen muss man auch knochen brechen es ist nur so eine umschreibung sie müssen mir helfen hd sonst geht es nicht weiter die schutzzauber dieser schule wurden nach jahrhunderten nun überwunden es ist undenkbar aber wir sehen täglich das undenkbare jetzt rutscht alles hindurch rein und raus ich weiß nicht was davon schlimmer für das allgemeinwohl dieser insel ist es wird eine gründliche untersuchung geben sobald wir neues personal ernannt und die leichen des alten personals aufgelöst haben ja unmittelbar geht es darum dass die schutzzauber halten müssen die geräte sind hungrig gierig nach anima toll wie wäre es mit einem spenden aufruf oder ein kuchenbasar entzöckend den anima manipulator vom schreibtisch nehmen okay die beiden haben gerade kleine schwierigkeiten das ist nun mal so in langjährigen ich sag mal arbeitsbeziehungen so ich hab's dem raus geschmissen weil eventuell sonst das ding nicht aktualisiert wenn ich das nehme also das packen wir uns mal nach da oben das packen wir uns mal nach da oben das packen wir uns mal nach da oben das lassen wir mal da wo es ist den schutzzauber an der bobot für untersuchen super so untersuchen wir mal vertraute herren locken um zu testen ob die schutzzauber funktionieren hey man kommt man hallo okay einmal drauf eine wunderschöne dure zelt unter die planken legen unter die latten legen immer ladung von vertrauten beschaffen okay das heißt wir haben jetzt mal was ankommt damit wir dann ihre energie für uns benutzen können das ist ja schön da können wir uns nicht immer hallo venetische freunde ich habe ich mal aufräumen können ein apotheker ok da bringen wir mal meinen scheiß dankeschön das lächelt so verschmitzt ok ich glaube insgeheim gefällt mir diese metzelle hier wo sind die hier alle es würde wohl nicht jemand die quest vor mir gemacht haben bewertung des direktors in diesem notizbuch scheint direkt um montag zu gehören in einem abschnitt mit dem titel weltuntergang szenarien doppelt unterstrichen wird mehrfach amy dexter erwähnt während ihrer enorm noch unerschlossenen kräfte mehr besorgen es wird montag wohl kaum auf eine tag legen stufe 1 montagspotizen sagen voraus dass amy mit dem erwachen ihrer ererbten kräfte ein ziel für die bislang schlafenden wendigos des winterskogwaldes wird untersuchen sie das und fange die kreatur ab nein wir merken uns mal dass diese quest hier liegt und machen das später das mit abfangen klingt immer so vor wegen auf zeit habe ich kann nur zeit für für zeit sagen wo sind die ganzen vertrauten hin ich dachte die schule wäre voll damit hallo Was sind wir denn nicht dumm? Alle leben, was sind wir denn nicht dumm? Wir haben eure Anima. Okay, eine noch. Ey, ihr, pscht. Wir müssen nicht mit der Gang aufstehen. Okay, und her damit. Mit dem Anima-Manipulator einen Anima-Splitter fertigen. Wird bearbeitet. Na, wahrscheinlich wieder Bastelstunde angesagt. Werkzeug. Da kann man gar nicht mal groß meckern. Das ist, äh, sinnvoll. Vertraute Heranlockung, um zu testen, ob der Schutztopp funktioniert. Achso, wir müssen den Schutztopp natürlich erstmal anbringen. Kommen die nach? Ja, natürlich. Kommt alle mit, Freunde. Yay, sie können sie kaum erwarten. Aua. Ja, wir sind ja gleich da. Aua. Ah, ah. Eee, äh. Hlalalala. Hlalalalalala. Hlala. Hlala. Aua. Ähm, Der Schutz Zauber. Wo ist denn hier, das Ding? Hm, okay. Du! Ich brauche weitere Proben von euch. Könntet ihr mir helfen? Das ist ja eine Menge aus, wo ich zugehe. Wir nehmen dann für den nächsten Schutzzauber doch die Gegner aus der inneren Akademie. Na, aber auf jeden mach ich das. Aus solchen Gründen zum Beispiel. So, wie gesagt, wir schauen uns dann noch einmal im Inneren um. Ist wahrscheinlich einfacher. Na, Freund? Ja, sieht aus, als könnte ich tatsächlich damit besser zurechtkommen. Helft ich mir auch? Okay, bitte gebt mir eure Lebensenergie. Okay, ich habe mittlerweile sechs Anima-Ladewohnen, worauf ich mir höchstwahrscheinlich... ähm, einen weiteren Splitter fertigen kann. Unterwegs nehme ich vielleicht noch ein paar Sachen mit, damit ich äh, gleich Splitter zur Hand habe und nicht erst hier rumballern muss. Das Betragen des Bering-Partner ist wirklich sehr, äh, wünschenswert. Das nehmen wir mal alles mit. Können wir gebrauchen? So, die weitere Splitter-Partner sind da draußen. Was schmarrt hier denn so? Ich glaube, die Deck ist undicht oder sowas. Oh, wie komme ich denn hier raus? Gibt es irgendwo einen Hinterausgang? Na, ich denke, es gibt nur die Ausgang hier an der Seite. Hui! Du löst ein bisschen da hinten rum und bleibst auch dort. Dankeschön. Mhm. Okay, wird gesplittert. Vertraute Herren Locken. Okay, dann taucht mal auf hier. Sagt mal Bescheid, ob es funktioniert. Uiuiuiuiuiuiui. Na, wie ist es? Das könnte klappen. Es gibt nur noch 10 Millionen weitere, die wir all erledigen müssen. Machen wir dies. Oh, ich komme so billiger an meine Anime-Landung. Wenn ich den Freunden ja was am Kopf schmeiße. Das regt sich ein bisschen auf, das macht nix. Na, kommt alle mit los. Ich habe was Schönes für euch. Vielen herzlichen und danke dafür. Daraus werde ich mir nämlich noch kleine Spiele basteln. Ich brauche noch drei Stück. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt fertigen können. 1, 2, 3. Na, fantastisch. Okay, wir müssen nun zu den Türchen. Da. Wir nutzen mal unseren neuen Laufschuh. Unsere Turbo-Träder setzen wir jetzt ein, damit wir schnell nach vorne kommen. Ja, hier bleibt man da. Ja. Ja, spürt fangen mit sich selbst. Das ist auch interessant. Ähm. Wo genau setzt ihr das ein? Hier vorne. Ja, hier vorne. Hallo Freunde. Ja. 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 Da. Ja. 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 wir es voll geschafft man die schule ist dann wieder einigermaßen abgesichert an einigen ab den zeit verdammt bleibt ihr weg man dann muss hier bleiben habe ich jetzt verdorben brauche ich noch mehr splitter kann ich deine haben okay dann basteln wir mal kurz was sehr schön schutzzauber am nördlichen eingang aufladen das ist dort hinten energie happy halloween ja ist wohl nicht so ganz aber tolle kostüme haupt da wirklich das muss man euch lassen damit auch schon ok ich möchte die schutz zauber in der bibliothek aktivieren und nein da brauche ich noch mehr anima kram Okay, wie wir das machen sehen wir dann in der nächsten Folge Bis dahin Wiedersehen